Wir machen mal da oder wir fangen mal da an, wo wir gestern Abend aufgehört haben und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Der eine oder andere ist ja gestern meiner Aufforderung gefolgt und hat dann gestern Nachmittag mit mir schon so ein bisschen auf Twitch gestreamt bzw. hat mir beim Stream schauen oder beim Update-Hype so ein bisschen zugeschaut. Fand ich sehr, sehr nett. Ich war dann abends auch nochmal da für die, die dann natürlich nachmittags jetzt nicht so wirklich konnten. Aber ich will das Ganze auch nochmal so ein bisschen für euch festhalten. Ist ja, ja so für Mec-Spieler ist das jetzt wieder nicht so der Brüller. Was heißt, also ich will jetzt nicht sagen, nicht so der Brüller, sondern man ist ja schon relativ schnell durch. Ich habe gestern eigentlich tatsächlich, ich habe nicht übertrieben oder so. Also, aber das, ja, das, was eigentlich ganz witzig meint, wir haben so ein paar Punkte gesucht aus dem Update und haben sie aber nicht gefunden. Aber das größte oder das, ja, ich nenne es mal so, das größte Update war sicherlich hier die beiden neuen Super-Truppen. Davon kann ich auch eine ausprobieren, nämlich den Magier und den Eishund, den kann man aber trainieren bzw. nicht trainieren, sondern den kann man einfach tryen. Dann kann man den mal ausprobieren, das könnt ihr gerne mal machen, Apparate aus Level 11, glaube ich, ab dem Zeitpunkt, wo man die Super-Truppen hat, kann man die ausprobieren. Man kann sie unter Umständen natürlich noch nicht machen. Und dementsprechend haben wir hier gestern schon heftig mit gefarbt. Ihr seht, das war eine Fassroller dort. Der Super-Mauerbrecher hat noch etwas längeren Timer. Das liegt daran, dass ich den vor dem Update noch angestoßen hatte und den Timer jetzt nicht zurückgesetzt haben beim Update oder nach dem Update. Was jetzt aber auch nicht so schlimm war. Und jetzt muss ich mal eben im Nachtdorf gucken, ob da was angehalten hat. Nee, weil wir hatten ja, glaube ich, wieder eine Wartungspause. Und gestern lief ja alles ein bisschen nach hinten, weil durch die lange Wartungspause gingen die Kriege gestern Abend extrem lang. Und ich konnte wirklich richtig, richtig viel mit euch live machen. Danke nochmal fürs Vertrauen und für die vielen, vielen tollen Zuschauer. Ja, was haben wir denn eigentlich gestern gemacht? Fünf Level geht der Royal Champion hoch. Den machen wir heute, glaube ich, fertig, denke ich mal. Wir haben einen X-Bogen schon mal angestoßen, der hier laufen soll. Ich kann auch einen X-Bogen eigentlich auch hochhämmern mit so einem Hammer, mit Medaillen. Aber ich weiß nicht, ob man das machen muss. Ich weiß nicht wirklich, ob man das machen muss. Aber was sind eigentlich die Neuerungen? Die Scattershots haben mehr Trefferpunkte. Die Werkstatt hat ein Level dazu bekommen. Level 5. Und dafür gab es das nette Maschinchen hier. Die haben wir auch schon auf Max Level gestern gebracht. Den Lock Launcher. Und der ist gar nicht mal so schlecht, aber er ist ziemlich langsam. Er ist ziemlich langsam. Werdet ihr gleich sehen. Und was haben wir denn noch gemacht? Ja, wir haben den Zauber hier auch schon auf Level 2. Den kriegen wir jetzt auch ganz locker auf Level 4. Dann ist er auch Max Level im englischen Client. Standen übrigens gestern oder stehen die Fully Release Notes. Die habe ich gestern noch ein bisschen im Deutschen vermisst. Ich weiß nicht, ob sie heute im Deutschen da sind. Ich will jetzt auch nicht rumschalten. Aber hier gab es ein paar Sachen, die haben wir dann auch tatsächlich im Spiel gefunden. Was wir zu Anfang gar nicht gefunden haben, ist eine Sache. Ich muss mal gerade gucken. Im Game Changes, Gameplay, Season Challenges, Supercell ID, Misk. Ja, dieser Kosmetik-Tab. Den braucht ihr nicht bei euch suchen. Wenn ihr immer Pass gespielt habt und habt alle Skins außer diesen Mulan oder Sulan Luna Skin, den man mal kaufen konnte für die Queen, dann habt ihr hier im Shop, hier oben habt ihr den Kleiderbügel nicht. Alle, die nicht alle Skins haben, die haben hier oben den Kleiderbügel noch dazwischen. Und da sind dann die Kaufskins drin, die es derzeit gibt. So viel dazu. Okay, wir gehen mal in die Gegnersuche rein. Das Ganze könnte ein bisschen länger dauern jetzt. Ich habe gerade eine blöde Zeit, glaube ich, erwischt. Ich habe eben schon ein bisschen gesucht und habe es wieder abgebrochen. Aber jetzt scheint es ein bisschen zu gehen. Allerdings ist der Loot nicht so gut. Aber ihr seht, ich habe die super Mario mit dabei. Ich habe den Unsichtbarkeitszauber dabei. Ich belächle das extra. Der ist ultra cool, kann ich euch sagen. Der ist wirklich super, super cool. Und gestern, okay, 92% habe ich gestern nur geholt im Clankriegsangriff. Aber das war auch wirklich, ich sage mal so, nach dem vielen Farm einfach mal rausgehauen mit dem Unsichtbarkeitszauber. Da war das schon gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich muss euch einen kurzen Cut reinbügeln, denn das Suchen dauert mir doch ein bisschen zu lange, oder? Ja, doch. Ach, ach, hat jetzt gar nicht so lange gedauert. Okay, fast eine Mille von beiden. Wunderbar, den nehmen wir mit. Und zwar so ein bisschen mit Queen Charge. Wir nehmen die neue Karre hier. Dann habt ihr da mal so einen kleinen Blick für, was das Ding eigentlich kann. Wo ist denn hier der Adler? Ach, der ist auf der Seite. Single Inferno dort. Clan Buch dort. Mal sehen, ob er da was drin hat. Wir checken das mal. Okay, so, eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ich habe immer zwei Fassroller dabei, warum auch immer ich diese Fassroller dabei habe. Ich will jetzt nicht sagen, sie sind unnötig, aber sie sind schon ziemlich cool. So, wir nehmen hier auf der Seite mal einen Wizard. Dann seht ihr den auch schon mal. Was der so kann. Oh, meine Queen entgleitet mir da wieder, wie immer. Okay, aber wenn euch die Queen gerade jetzt hier so beim Queen Charge entgleitet, muss ich mal so sagen. Dann macht ihr sie einfach unsichtbar. Schon ist das vorbei. Ihr macht sie einfach unsichtbar, Leute. Und guckt euch den Fassroller da hinten an. Ach nee, der ist ja jetzt schon durch, der Fassroller. Okay, vor lauter Lachen hier. Verliert Toto gerade so ein bisschen hier den Überblick. Noch mal hinten machen, die kleine. So, wir nehmen den Rest hier mit rein. Den Worten hier und auch den Royal Champion. Und dann machen wir die noch mal unsichtbar. Es ist einfach der, es ist der Klopfer, Leute. Es ist wirklich der Hammer, was die imstande ist, oder? Ich habe gestern schon so gelacht, Leute. Also gestern Abend im Stream, das war unwahrscheinlich. Ja, immer schön die Queen verstecken. Und dann kann es mit der richtig weit gehen. Aber wir machen gleich noch einen anderen Test, Leute. Und ihr seht auch, die Magier sind auch immer noch nett hier unten mit im Getümmel drin. Und ballern da gut was weg. Also die 10 Truppenplätze, würde ich sagen, für so einen Magier, die lohnt sich jetzt schon ganz schön. Wir hätten vielleicht auf der anderen Seite anfangen sollen. Denn hier oben stehen noch zwei volle Bohrer für mich. Da haben wir jetzt gar nicht so ultra viel gewonnen. Naja, macht nichts. Da geht ja, ein bisschen geht ja hier noch. Oh, der wird geheilt. Der eine Jedi. Mal sehen, ob der noch ein bisschen was mischt. Nämlich eine Minute haben wir noch. Der worden ist auch noch dabei. Der kann mir vielleicht noch so einen Bohrer von Weigwechsen denken. Oh, das sind sogar noch zwei. Okay, das sind sogar noch zwei. Dann kriegen wir wahrscheinlich noch einen Bohrer. Jawohl, das sieht sehr gut aus. Da gibt es jetzt keinen Beschuss. Ah, wunderbar. Wir brauchen ja unbedingt das Dunkle. Und, ähm, aber mit dieser Truppe, hier habe ich gestern seit Beginn dann gefarmt. Und, äh, ging auch echt gut. Ich musste immer wieder ein paar Pokale droppen, weil ich will im Moment nicht in die Legende. Ähm, ähm, und, äh, hab dann natürlich absichtlich so ein paar, paar Sachen verloren. Und, ähm, und hab dann auch, auch die zweiten Bohrer ging auch noch, äh, halt, nicht schlecht. Ah, nicht mehr ganz, aber ich meine 700, ähm, der war jetzt in Ordnung. Wir hatten gestern auch fünfstellige, ähm, Lager hier. Also, mit fünfstellig meine ich, dass die ziemlich hart befüllt waren. Ja, und wir quicktrain die ruhig nochmal nach. Äh, wir nehmen jetzt gleich aber das Ding hier, glaube ich mal. Müssen wir mal schauen. Und, ähm, ich droppe jetzt, glaube ich, erstmal ein paar Pokis. Äh, und dann sehen wir uns gleich nach einem kleinen Schnitt wieder. Beziehungsweise, ich wollte etwas tun. Und zwar das Ding hier rausholen. Äh, ja, die sechs, die sexy, die kommen aus dem Kauf. Also, falls ihr euch wundert, dass ich davon sechs habe. Und ich hatte auch gestern hier zwei Heldenbücher. Das kam auch noch aus dem letzten kleinen Kauf. Also, alles hat hier seine Richtigkeit. Und dann fordern wir hier nochmal an. Und zwar will ich jetzt mal anfordern. Mal sehen, die müsste ja jemand haben. Wollen wir gerade gucken. Super Truppe, äh, Magier. Wir gehen rein. Vier Stück gehen rein, okay. Okay, vier Stück gehen rein. Und, äh, dann machen wir das mal so. Dann mache ich einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Angriff wieder. So, meine lieben Freunde, wir sind wieder am Start. Und, äh, diesmal habe ich mal eine Blimp ausgerüstet. Da drin, Magier. Da drin die Magier. Und, ähm, ich habe wieder zwei Fassroller dabei. Ein bisschen Queen Charge und ein bisschen Hybrid. Ich habe zwei Unsichtbarkeit Zauber dabei. Äh, dafür muss man jetzt ein bisschen Abstriche machen. Entweder nimmt man die, nimmt man vielleicht die Frostzauber nicht mit. Dass man, äh, dann noch einen Heilsauber mehr mitnimmt. Oder aber, wir kommen mit diesem einen Heilsauber aus. Wir wollen mal gucken, was wir denn eigentlich erledigen können. Ich kann mir vorstellen, hier vielleicht den Adler. Wir gehen mal hier rein, auf der Adlerseite, Richtung Rathaus. 1, 2, 1, 2. Und, nehmen wir jetzt mal, ja, das haben wir. Nehmen wir jetzt mal den, unsichtbarkeitszauber. Und, hier sind Magier drin. Hier sind Magier drin. Und ein Riese. Oh, der, das war, ah, der hält noch nicht so lange, ne? Der hält jetzt noch nicht so lange. Okay. Der hält noch nicht so lange, der Unsichtbarkeitszauber. Okay. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Den müssen wir leveln. Den müssen wir leveln, Leute. Das geht nicht anders. Aber egal, wir machen erst mal weiter. Mit unserer Marie hier. Alles klar, zwei Riesenbomben. Dankeschön. Und wahrscheinlich noch mehr, ne? Wahrscheinlich noch mehr Riesenbomben. Okay, dann gehen wir hier mit. Dankeschön. Hey. Moin. Moin, ihr Lieben. So, die Queen muss jetzt aber da mal reingehen, würde ich sagen. Wir könnten jetzt den King natürlich auch unsichtbar machen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Wir machen lieber die Queen so ein bisschen unsichtbar. So, wir machen lieber die Queen ein bisschen unsichtbar. Adler weg. Jawohl. Gut. Und dann machen wir hier hinten die Ecke mal, mal so ein bisschen, so ein bisschen weg. Jetzt haben wir natürlich kein Unsichtbarkeitszauber mehr. Aber dafür haben wir jetzt unsere Miner und unsere, und unsere Hox. Einmal die mit da rein. Und den Royal Champion ziehen wir hier mal hinterher. Jetzt haben wir natürlich nur einen Heilzauber. Aber wir haben noch, wir haben noch ein bisschen Frost. Wir haben noch ein bisschen Frost. Und wollen ja nach wie vor nicht die Ressourcen haben. Sondern, wo ist denn eigentlich mein, wo ist mein Board? Ach, da ist der Board. Okay. Da ist der Board. Wir haben noch hier ein Royal Champion. Den vergiften wir eben mal. Und ja, sieht ganz gut aus. Also der Anfang war jetzt ein bisschen doof mit dem Limp. Habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Vielleicht muss der Zauber auch ein bisschen besser ausgebildet sein. Oder wir müssen halt dann zwei, zwei, drei Stück da raufballern, dass die echt lange unsichtbar sind. Denn die können eine richtig nette Schneise, Schneise dann schlagen. Aber meine Miner gehen hier noch außen ganz gut. Mit 712 hat er nur noch jetzt im Rathaus also auch wieder knappe 7000 gemacht. Hier, ein bisschen dauert es noch. Ich habe jetzt aber noch mal umgebaut. Die andere Armee habe ich noch mal ein bisschen umgebaut. Denn ich glaube, vor der, vor der, vor diesem Lock Launcher, da müssen wir irgendwie Tanks verharmen. Deswegen habe ich jetzt zwei Ice Golems gleich mal ausgebildet. Und mal sehen, ob das die bessere Möglichkeit ist, hier voranzukommen. Ich glaube, da hauen wir nichts mehr. Auch nur 5 Pokale. Wunderbar. Nicht, dass das zu viel werden am Ende. Und nehmen die aber noch mal, nehmen die noch mal mit. Und den nach vorne. Perfekt. Die machen wir mal zuerst, weil die werden immer gerne gefragt beim Spenden. Und ja, Hybrid können wir können, Hybrid können wir ruhig so lassen. Was gab es denn eigentlich noch Neues? Es gab noch folgendes Neues hier. Es gab dieses Ding. Das hat jeder. Es gab dieses Ding hier. Das hat jeder. Also das ist nicht der Weihnachtsbaum. Es gibt glaube ich auch noch einen richtigen Weihnachtsbaum. Aber dieses Geschenk hier, das gab es im ganz normalen Pass. Und zwar ganz, ganz vorne. Hier seht ihr auch schon die nächste Neuerung. Das sind diese netten, netten, kurzen, ja, wie soll man sagen, die kurzlings. Aber ganz, ganz vorne, falls ihr es noch nicht gesehen habt, gibt es dieses Holz für euch auch als Dekoration. Und wenn man hier jetzt draufklickt, dann kommt man hier zum nächsten, zum nächsten Punkt. Wir haben hier gestern 400 Gems rausgeballert, weil wir uns diese vier Errungenschaften geholt haben, damit erstmal alles billiger ist. Ich glaube, das war auch nicht so schlimm. Bis zum Skin wollte ich das dann doch nicht machen. Aber Dunkle Rune, Run of Elex und so können wir natürlich alles, können wir eigentlich alles ganz gut gebrauchen. Denn, obwohl die Dunkle Rune, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Die brauche ich eigentlich nicht mehr, die Dunkle Rune. Wir haben hier gleich oder später genug für den Royal Champion, dass wir den leveln können und danach haue ich da zweimal mit dem Hammer drauf. Zack, zack. Und dann ist der Royal Champion Max. Der Zauber kostet hier ein bisschen mehr. Jetzt schon auf Level 3. Den wollte ich auf Level 3 ganz normal leveln. Zauber hoch und dann auch mit dem Hammer drauf. Klopf, klopf. Dann ist das Ding auch fertig und dann können wir sicherlich hier, wir könnten jetzt schon zwei Bomben anstarten. Also Riesenbomben sind ja mit dazu gekommen. Es sind Airbomben mit dazu gekommen. Keine Mauer ist, keine Mauer ist mit dazu gekommen. Das sind noch die 24 vom letzten Mal und 13,6 im Moment für die X-Bögen. Die sind ganz schön teuer geworden. Hoppla, 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 hoppla. Hoppla, hoppla. Okay. Heftig, heftig heute. Aber dauerte auch wieder ein bisschen die Suche. Und der Griswald hier von dem Team Mechendenarex heißt das glaube ich oder so. Den nehmen wir mit. Und wir wollen ja jetzt nochmal wieder die Karre laufen lassen. Müssen wir mal gucken, ob wir die gegen so einen Scattershot laufen lassen oder wie machen wir das? Wir können die natürlich auch mal unsichtbar machen. Wir könnten die Karre auch mal unsichtbar machen. Wäre ja auch nicht so schlecht. Wäre ja auch nicht so schlecht. Aber wir müssen erstmal ein bisschen funneln hier. Da habe ich natürlich jetzt auch wirklich nicht so wirklich die Funnel-Truppe dabei. Nehmen wir mal hier hinten einen Wizard. Dass der hier hinten mehrere Gebäude. Der macht ja mehrere Gebäude. Zwei Stück schafft er da auf der Ecke. Okay. Das ist nicht schlecht. Und dann müssen wir die mal eben so ein bisschen hier reinkriegen. So, gucken wir mal. Und dann gehen wir jetzt hier mal mit den Eis-Golems rein. Hier mit der Karre. Schnell noch mal die Queen unsichtbar machen eben. So. Ein Eis-Golem da, einer da. Meine Queen noch hier. Und dann können die jetzt hier hoffentlich durchfahren. Ich gucke mal. Auch mit dabei. So, wo ist meine Queen? Schön unsichtbar machen immer. Oh, jetzt geht der Fassroller gut durch da. Beziehungsweise dieses dieses immunöse Schlachtschiff da. Okay, aber der war jetzt doch nicht so gut. Denn ja, ich muss noch mal gucken, wo wir hier vielleicht noch mal rüber springen können. Vielleicht hier hinten noch mal. Müssen wir mal sehen, dass wir hier noch so ein bisschen was wegkriegen auf der Seite. Und dann können wir die ja auch noch mal unsichtbar machen hier. Zumindest so ein paar, dass wir noch so ein bisschen Loot hier außen bekommen. Das sieht ganz gut aus. Hier ist heftiger Beschuss. Den nehmen wir raus. Wunderbar. Und ist zwar jetzt ein kleiner Rundlauf, aber das macht nichts. Das wisst ihr. Wie immer brauchen wir hier nicht die Mitte. Oh, da springt aber noch ein bisschen was in der Mitte. Oh, da ist noch eine Walküre gewesen. Okay, sondern das ganze Zeug, was hier außen rum liegt. Und das war reichlich hier. Das waren jetzt über eine Mille. 220.000. Ich kriege allerdings erst später den Bonus. Und will jetzt gleich aber noch mal so ein paar andere Sachen testen. Denn ihr wisst ja, seit dem Update sind Clanburgen nicht mehr blitzbar. Sie gelten jetzt also als Ressourcengebäude. Und Ressourcengebäude können dementsprechend ja nicht mehr geblitzt werden. Oder wie war das? Da war jetzt fünfstellig mit dem Bonus. Aber mein Vierfachbonus kommt erst in einer Stunde und 29. Also Clanburg ist nicht mehr blitzbar. und was natürlich auch noch eine coole Neuerung ist, die ich auch feiere, wenn wir hier jetzt Truppen verspenden würden, 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 dann können wir hier sowohl den normalen Wizard als auch den Super Wizard spenden. Und genauso verhält sich das auch mit den anderen Super Truppen. Also das geht jetzt in jedem Fall. Das ist auch super. Das ist eine super Erneuerung. und hier fallen allerdings glaube ich auch viele, viele Dörfer mit den neuen Truppen. Ich habe noch nicht im Clan-Krieg reingeschaut. Das mache ich jetzt das erste Mal heute. 17 Sterne 1,1. Ah, das geht ja. Das geht ja. Das lässt hoffen. Wollen wir mal gucken. Wir sind hier immer noch vierter. Wir haben ja noch nicht so oft angegriffen. Drei Angriffe heute erst, aber noch neun Stunden Zeit. Vielleicht seid ihr heute Abend wieder mit dabei. Wann ich genau online komme, kann ich euch noch nicht sagen, denn ich muss heute Abend nochmal kurz weg. Vielleicht gehe ich auch nachher ein bisschen verfrüht in den Livestream rein und mache dann eine kürzere, längere Pause. Muss ich mal sehen. Irgendwie kriegen wir das hin und bis dahin denke ich mal ist auch mein World Champion fertig. Also würde ich sagen wieder wie gestern. Bis später. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Toto Clashed. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020